Äh, was war das? 144. So, also, Projek-Projek-E-Z-E-M-C-144. Oder? Hallo? Sprich mit mir! Okay, er mag gerade nicht. Es wundert mich nur gerade, warum nicht? Aha, aha, aha. So. Ach, das heißt Reload-EMC. Alles klar. Gut. Dann EMC. Äh, äh, das ist auch witzig. So, also, ne, 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 Projekt-Projek-E-Z-E-M-C-144. Schön. So, wenn ich jetzt Reload mache, dann müsste er jetzt hier theoretisch, genau, 144 anzeigen. Sehr schön. So, dann können wir damit, wie gesagt, bei Gelegenheit mal was Schönes Neues machen. So, ähm, jetzt wollen wir mal ein Portal bauen, und zwar Todelast Millenium. Das müsste theoretisch machbar sein. Hey, immerhin die Uhr haben wir. Das ist ja schon mal schön. So, ähm, ich brauche also vier Quarz, also vier Burning, also vier, 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 bäh, bäh. Vier Burn-Quarz, sehe ich das richtig? Genau. Und Carved Eminence. Okay. Äh, kriege ich jetzt die Farbe hin? Vor allem, wie hat sich den Schwachsinn einfallen lassen? Äh, Blue und Rose. Okay. Äh, ich habe hier bestimmt irgendein paar Blümchen. Ähm. Wusstest du es doch? Ich habe hier irgendwelche. So. Und da würde ich jetzt ganz gerne... D-d-d-d. Einfach mal ein Stack von machen. Sicher ist sicher. Ähm. So. Wieso? Ist das ein anderes? Das ist Magenta. Echt jetzt. So. Gott, oh Gott. Na wenigstens, dass das funktioniert. Ähm. Da-da-da-da-da-da. So, brauche ich vier von... So, dann von den Quarzblöcken. Brauche ich auch nochmal vier. Habe ich hier irgendwo mal ein Furniss? Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte, ne? So, gib mir mal hier eben ein... Ein Köhlchen her. Da würde ich davon mittlerweile echt genügend haben. So. Oh, guck mal. Da sind sogar noch welche drin. Krass, das heißt. So. So. Hast du den anderen Sheet da jetzt? Ja. Es wurde importiert. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Yeah. Portal to the last millennium. So, wo stecken wir das jetzt hin? Ich weiß, was gut ist. Wir stecken das einfach neben das andere Portal. Da stürzt nämlich niemanden. Oh, shit. Ach. Danke. So, gib mal den Stein wieder her. Supi. So, klicken wir drauf. Und wir sind gleich ganz woanders. Nämlich... Hallo. Hier sind wir nämlich jetzt. Sehr schön. Ja, das finde ich schön, dass du das dir bedenklich findest. Aber du kannst jetzt ruhig mal ganz kurz... Oh, warte mal. Weiß ich auch nicht. Sterben geht? Sterb! Ha. 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 So. So. Jetzt nehmen wir hier mal die Zäune weg. Die ganzen Zäune weg. Dann werden wir jetzt einmal hier ein Last Millennium. Punkt setzen. Den werden wir jetzt mal ein wenig höher nehmen. Ja. Ja. Genau. Da werden wir ihn lassen. So. Wieso? Danke. Ich wollte schon gerade sagen. Ähm. So. Jetzt. Kommt das da auch noch mal weg? Ähm. Die Lampen, die werden wir jetzt hier... Also die Lampe werden wir jetzt da lassen, weil die finde ich eigentlich ganz schön. Jetzt werden wir wieder zurückgehen. Denn ich brauche... Äh. Stone Bricks. So wie... Was neu ist. Und zwar Essence Block. Nämlich... Ich hätte ganz gerne die grünen. So. Das sind Essence Bricks. Werden aber aus denen gemacht. So. Dafür brauche ich Lime Dye. Okay. Und wie mache ich dieses? Ähm. Okay. Aus Moos. Oder Kaktus. Kaktus habe ich nicht. Wieso habe ich kein Kaktus? Das ist etwas, das beunruhigt mich jetzt. Aber... Hm. Doof. Gut. Ähm. Dann möchte ich auf alle Fälle... Mal die Stone Bricks haben. So. Das ist aber echt doof jetzt. Da, 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 da. Was haben wir denn hier noch so Nettes? Ähm. Gelben? Nee. Ich möchte aber die grün haben. Ha. So. Lime Wuhl habe ich nicht. So, ein Glowschwum. Oh, habe ich vielleicht einen Glowschwum? Nö, habe ich nicht. Gut, dann halt eben nicht. So, aber ich hätte jetzt hier mal ein Wort, und zwar den großen. Lieber dann gleich mal mit. Aber ich glaube, ich brauche noch mehr davon. Stonebrick. Die Dinger heißen Stonebrick. Roni, und nicht Steambrick. Danke. So, den, 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 den. Sehr schön. So, und ich hätte jetzt irgendwo irgendwelche anderen. Genau, die will ich nicht haben. So, und auf geht's wieder zurück. To the last millennium. So, jetzt werden wir hier mal. Depp, depp, depp. Ähm, eins, zwei, so. Dann, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So. Für alle, die sich fragen, was das hier soll, das werdet ihr noch früh genug erfahren. So, ähm, wir machen hier nochmal das Gleiche. Eins, zwei, dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So. Hier dementsprechend auch nochmal. So, dass wir jetzt in alle vier Richtungen einmal die gleiche weiter haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So. Und das letzte Mal. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So. Jetzt brauche ich mal ein paar Torches. Äh, beziehungsweise kommen erstmal die hier weg. Die Slabs. So. Hinten mit den Skeletten werden wir uns nochmal eben anlegen. Adios. Hm, das dachte er sich wohl auch. Hey, hallo, hinter dir. Verarscht. Toma. Sauerei. Ich brauche unbedingt mal ein paar Torches. Ein paar Torches, 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 Torches. So. Boah, geht mal her. So, erstmal können die Stormbricks da wieder rein. Und dann hätte ich ganz gerne mal ein paar Torches. 19 sollten eigentlich reichen. Kann doch mal ein paar Hunderten neu machen. So. Dass ich hier denn ein Stack Kerzen habe. Dann, äh, brauche ich ein wenig Dirt. Ein wenig Dirt. Dann brauche ich, äh, ein paar Buckets. Ähm. Und zwar, wir werden erstmal drei benötigen. Dann, was brauche ich noch? Ich brauche, ähm, die Torches habe ich. Dann hätte ich ganz gerne eigentlich noch die Essence Blocks. Ähm. Ich glaube, da werden wir dann jetzt einfach mal provisorischerweise die Schwarzen nehmen. Leider. Was mir ehrlich gesagt gar nicht gefällt. Aber gut. Es lässt sich nicht anders machen. Ähm. Was brauche ich noch? Genau. Ich brauche noch eine Hoe. Okay. Wir haben keine Hoe. Dann müssen wir uns halt eine Hoe craften. Ähm. Die haben alle eine Durability von 1. Die normalen. 250. 450. Dann machen wir halt so eine. So. Time to farm. Yeah. Ähm. Sonst noch irgendwas? Ich glaube gerade nicht. Das reicht erstmal. So. Last Millennium. Ich komme. Die schubsen wir dann mal eben runter. Machen wir mal eben das Overlängern. Ab. Ab. So. Zumal der Witz ist. Sobald wir hier fertig sind, werden wir die Torches nicht mehr brauchen. Aber. Bis dahin. Los. Komm. Hau ab. Hau ab. So. So. Toll. Müssen wir hier auch noch aufwendig ausleuchten. War. Alter. Verzieh dich doch mal von meiner Plattform. Ey. Sack ey. So. Mal eben hier. Super. Du bist ein guter kleiner Zombie gewesen. Aber irgendwie. Hat dich das jetzt auch nicht wirklich weitergebracht. Wenn ich das mal so sagen darf. So. Das Stäbchen brauchen wir da. So. Dann machen wir hier genau das gleiche. Und wie ihr seht. Das ist der Grund. Warum wir eigentlich. Gar keine Torches großartig setzen brauchen. Der Witz ist nur. Ei 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 ei. Hallo. Kleiner Creeper. Na. Wie geht's dir? Ich hab keinen Bock. Dass wir das hier alles kaputt gesprengt wird. So. Wir machen jetzt ihm ein wenig auf Risiko. Mit dem Creeper da hinten. Na los. Komm her. Tatsächlich geschafft. Krasser Scheiß. So. Äh. Ist das grad so richtig hier? Ne. Es ist nicht. Aber das ist ne andere Sache. Denn. Ich brauch ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ich brauch nämlich. Diese. Breite hier. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. So. Dann müsste ich theoretisch. Super. Hier drüben rauskommen. So. Wie viel von den Essence Blocks habe ich denn noch? Gut. Dann wollen wir bei den anderen. Schiet hier noch ausleuchten. Komm her. Komm. Stirb. Was willst du was tolles fallen lassen? Natürlich nicht. Du bist aber auch ein geiziger Sack, ey. So. Alter, ey. Was der für'n Krach macht, ey. Das geht gar nicht. So. Aua. Lauf da. Jetzt habe ich mich deinetwegen verbaut. Vielleicht nicht unbedingt deinetwegen, aber trotzdem. Eure Zwiegen. Das kommt für ziehlich. Danke. Adios. Was. Amigo. So. Papapapapapapapapapapapam. So. Ähm. Das ist natürlich jetzt nicht so cool, dass das hier nicht ganz so hin passt, wie ich mir das dachte und dass ich mich hier irgendwie scheinbar verdödelt habe, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zumal ich hier 3 brauche. Nicht nur 2. Das war jetzt aber doof gerechnet von mir. So, auf alle Fälle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Büm, 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 büm. Düm, düm, genau. Sehr, sehr schön. Theoretisch müsste ich jetzt hier alles ausgeleuchtet haben. Ne, hier drüben noch nicht. Dann wollen wir hier nochmal eben eine Lein setzen. Dann können wir diese unästhetischen Tortschles wieder wegnehmen hier. So, hier nur nicht unbedingt auf der Mittelplattform. Aber sonst bei den Auslegern auf alle Fälle. So, und das soll es schon mal so gewesen sein. Dann brauchen wir hier ein wenig Dreck. Man könnte fast sagen Hidden Dreck. So, 1, 2, 3, 4. Wo ist meine Hoe? Da ist sie ja. So, 1, 2, 3. So, 4 dahin. 4 dahin. Hä? Das ist sehr witzig. Oder auch nicht. Also, ich finde es jetzt gerade nicht so witzig. Warum geht denn das nicht? Das ist STR 1, 6. 4, 5, 4, 5. 5, 6. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 8, 9, 9, 9, 10. 8, 9, 9, 9, 10. Untertitelung des ZDF, 2020